In Goethes Faust der Tragödie erster Teil ist die Gretchen-Tragödie ein zentrales Thema. Wie die Beziehung mit dem gelehrten Faust das junge Gretchen ins Verderben führt und gleichzeitig etwas Heldenhaftes hat, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Tragödie beginnt, als Faust im Verlauf seiner Reise mit dem Teufel Mephisto auf die junge und unschuldige Margarete trifft. In dieser Expositionsszene ist Faust von der Schönheit des 14-jährigen Gretchens sofort fasziniert und begehrt sie leidenschaftlich. Das prinzipientreue Mädchen weist die Annäherungsversuche jedoch zunächst ab. Um Gretchen für sich zu gewinnen, lässt sich Faust von Mephistopheles helfen, der ihn dabei unterstützt, sie zu verführen. Die Handlungskurve steigt stückweise an. Während Gretchen das erste Schmuckkästchen an die Mutter abliefert, behält sie das zweite Geschenk Fausts auf Anraten ihrer Nachbarin Marte für sich. Die Beziehung zwischen Faust und Gretchen entwickelt sich rasch, wobei Faust sie in seinen Liebesrausch hineinzieht. Gretchen verliebt sich ebenfalls in Faust, ist jedoch aufgrund ihrer religiösen Erziehung von seiner Welt der Versuchungen und Sünden eingeschüchtert. Sie stellt Faust die Gretchenfrage über seine Sicht auf die Religion, welche Faust nur unbefriedigend beantworten kann. Die Tragödie erreicht ihren Höhepunkt, als das innerlich zerrissene Gretchen ihrer Mutter das von Faust mitgebrachte Schlafmittel verabreicht, damit die beiden ungleichen Charaktere ihre Liebesnacht zusammen verbringen können. Jedoch hat das vermeintlich harmlose Schlafmittel tödliche Folgen für Gretchens Mutter. In der Zwischenzeit kommt Gretchens Bruder und Soldat Valentin zurück in die Stadt und erfährt von Gretchens Liebesaffäre mit Faust. Wütend fordert er Faust zu einem Duell heraus. Im Kampf tötet Faust Valentin mit der Hilfe Mephistus, indem dieser Valentins Arm erlahmen lässt. Gretchens Bruder nutzt seine letzten Atemzüge, um Gretchen öffentlich der Prostitution zu beschuldigen. Verzweifelt und von Scham erfüllt sucht das inzwischen von Faust verlassene Gretchen Trost in der Kirche und bereut ihre Sünden. In diese fallende Handlung bricht das retardierende Moment, als Gretchen von all ihren Problemen überwältigt wird. Denn Gretchen hat nicht nur ihre Mutter und ihren Bruder verloren, sondern ist auch noch unehelich schwanger. In ihrer Verzweiflung vor der gesellschaftlichen Achtung tötet sie ihr neugeborenes Kind und wird dafür zum Tode verurteilt. Faust erfährt von Gretchens Schicksal und beschließt, sie aus dem Kerker zu befreien. Seine Handlung wird dabei von Mitleid geleitet und nicht von Liebe. Doch als er sie erreicht, erkennt Gretchen ihn erst gar nicht wieder und hält ihn für ihren Henker. Schließlich sieht sie in Faust den Grund für ihr Verderbnis und wendet sich von ihm ab. Kurz vor der Katastrophe der Handlung mit der geplanten Hinrichtung bittet Gretchen in ihrer Reue Gott um Vergebung und wird erlöst. Die Gretchen-Tragödie ist nach den Vorgaben des klassischen Dramas aufgebaut und besitzt gleichzeitig Merkmale eines bürgerlichen Trauerspiels, da Faust als Gelehrter und Vertreter der höheren Schicht auf das kleinbürgerliche Gretchen trifft. Faust wird euch Mephistos Anreize zum Verführer und fesselt Gretchen so stark an die Beziehung, dass diese ihre Familie ruiniert und sogar zur Kindsmörderin wird. Damit zeigt die Tragödie die zerstörerischen Auswirkungen von Fausts verantwortungslosen Entscheidungen und seine Bereitschaft, alles für die Erfüllung seiner Wünsche zu opfern. Gretchens Schicksal ist somit eng mit Fausts eigener Tragödie, der Gelehrten-Tragödie, verknüpft und verbildlicht die dunkle Seite der menschlichen Natur. Darüber hinaus wird Gretchen durch die Moralvorstellungen der Gesellschaft, verkörpert durch ihren strengen Bruder Valentin, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Dennoch durchläuft sie einen Entwicklungsprozess von einem naiven Mädchen hin zu einer unabhängigen Frau, die kurz vor ihrer Hinrichtung den Versuchungen von Faust entsagt und damit wieder zu sich selbst findet. Sie wird damit zu einer Art Heldin, die für ihre Selbstbestimmtheit einen hohen Preis zahlt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hmm. Hmm. Mm.